Was geht ab Leute, Chapter 5 ist endlich da und ich zeige euch in diesem Video, wie ihr den neuen Battle Pass komplett kostenlos bekommen könnt. Aber davor lasst gerne ein Abo und ein Like da. Ich zeige euch jetzt, wie ihr den Battle Pass kostenlos bekommen könnt. Und nein, das ist kein Fake, sondern Real. Ich verlose nämlich den Battle Pass mehrmals an euch. Das heißt, viele von euch haben die Möglichkeit, den Battle Pass gratis zu bekommen. Das einzigste, was ihr machen müsst, um beim Gewinnspiel teilzunehmen, ist erstens, lasst ein Like da. Zweitens, klickt auf den Link in der Videobeschreibung oder in den Kommentaren. Dort ist meine WhatsApp-Gruppe verlinkt. In dieser Gruppe verlose ich den Battle Pass, viele Skins und viele Emotes. Alle, die in dieser Gruppe sind, haben die Möglichkeit, bei diesen ganzen Gewinnspielen teilzunehmen. Mehr müsst ihr eigentlich nicht machen. Nur der WhatsApp-Gruppe beitritt und schon seid ihr dabei. Ganz wichtig ist, dass ihr alle Benachrichtigungen anmacht, denn nur dann bekommt ihr immer eine direkte Nachricht, wenn ich was in die Gruppe poste. Wenn ihr die Benachrichtigungen nicht anmacht, kann es sein, dass ihr was verpassen werdet. Außerdem werdet ihr immer wissen, wann ich live bin, wann das nächste Video kommt und könnt bei coolen Projekten dabei sein. Wenn ihr mich weiterhin so gut unterstützt und meinen Creator-Code PANX im Itemshop fleißig weiter einträgt, dann werde ich in Zukunft einiges mehr an euch verschenken. Ich wünsche auf jeden Fall jedem viel Glück. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer PANX und ciao.